Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. Das ist der Leitstein. Das ist der Leitstein. Das ist der Leitstein. Was ist das? Untertitelung. BR 2018 Gut, du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh mal. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varudania regeln. Um ihn zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Ich verlasse mich auf dich, Bruder. Die Leuchtenden Symbole Sieh mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch vier Kontrollsiegel. Weiter so, Bruder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Noch zwei Kontrollsiegel. Fehlt nur noch ein kleines bisschen. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch ein Kontrollsiegel. Nur noch ein einziges Bruder. Das war's für heute. Sauber. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Aber bleib wachsam, Bruder.